Shalom zusammen, ich bin der Joel und wir haben Freude am Wort. Wir haben nicht nur Freude an irgendwelchen Worten, sondern wir haben auch Freude an den hebräischen Worten, weil in der hebräischen Sprache ist ganz viel versteckt. Ja, wir schauen uns nämlich den allerersten Satz an und gerade sind wir beim allerersten Wort und das ist das vierte Video. Genau, und deshalb würde ich dir sehr empfehlen, die ersten Videos zuerst anzuschauen, besonders das allererste, um zu verstehen, wie das Hebräische gelesen wird und was das bedeuten kann. Wir gehen dann wieder zurück zu den Notizen und schauen uns hier den nächsten Blog an. Wenn man das Hebräische dann so aufteilt, dass man praktisch alle Buchstaben in einzeln liest, dann haben wir im Kopf, also Re steht ja, Beid steht für im, als Präfix, als einzelne Buchstabe vor dem Wort Rechid. Und dann haben wir im Kopf, also Rechid steht hier für Kopf, wenn wir jetzt sogar zwei Buchstaben nehmen, dann haben wir hier das Wort Ra. Das, was dann bedeutet Sehen. Es gibt ja auch Jawa-Rai oder El-Rai, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. wo Hagar beispielsweise sagt, der Gott, der mich sieht, ja, dann müsste es El-Rai heißen, wo dann Rech, Aleph und dann kommt noch ein Jod dahinter. Das Jod steht dann immer für ich oder mich. Ähm, genau, El-Rai, der Gott, der mich sieht, äh, von Hagar müsste irgendwo, was ist das dann, irgendwo, Genesis, äh, 12, soll in dem Bereich sein, mit Abraham. Im Kopf sieht, ich weiß nicht, ob das, äh, valide ist, aber könnte man so nehmen, ähm, ähm, dass man dann erst den einzelnen Buchstaben nimmt, Bait, Rech und dann noch Ra, äh, zusammen. Dann kommt der Vater, also El, das ist dann das Aleph. Zerstörung, äh, das Schienen, die zwei, ähm, ähm, Frontzähne, die zwei Schneidezähne, die wir haben, ähm, soll es symbolisieren, steht für Zerstörung. Und dann haben wir wieder Hand und Kreuz, Taf steht für Kreuz. Wenn wir das dann lesen, im Kopf sieht Vater, also Jawa, die Zerstörung der Hand am Kreuz. Das ist nochmal, äh, ein bisschen ausführlichere, äh, Formulierung von, von dem Ganzen, äh, was wir, äh, in einem vorigen Video hatten. Genau. Also im Kopf sieht Jawa, sieht der Vater die Zerstörung von Hand, von der Hand, von, äh, dem Sohn, steht jetzt hier nicht, ähm, oder haben wir hier nicht angeschaut, dass hier Bar ja drin steht, äh, am Kreuz. Und wir befinden uns immer noch bei dem allerersten Wort, äh, mit diesen, äh, sechs Buchstaben. Und dann kann man das Ganze noch, äh, weiter auf die Spitze treiben, indem man, äh, sich die Bedeutung von, äh, all diesen Buchstaben genauer anschaut. Also ich habe schon einiges gesagt, äh, wir haben hier, äh, Bedeutung, was für in oder im, genau, äh, Haus, Familie und Haushalt steht. Bedeutung ist aber auch der zweite Buchstabe und steht für den Sohn, sozusagen die Abkürzung von Bar, also, äh, Bedeutung der Sohn. Ähm, ähm, Reich steht für Kopf, Headship im Englischen, also, ja, Leiterschaft, äh, Head ist ja auch der, äh, ja, der Anfang, äh, es gibt eine Bibelstelle, ähm, über den Kopf und den Schwanz, ist das hier, äh, Jesaja oder Jeremia, muss das irgendwo drinstehen, äh, und im hebräischen Verständnis ist der, der, der Kopf, der, der Anfang. Ähm, ähm, und der Schwanz, äh, ist dann das Ende, ähm, es steht für Gedanken, also, im Kopf haben wir Gedanken, äh, es steht für den Ersten, es steht für Chief, also, das, ja, ist nochmal so der Leiter, ähm, für eine Person, also, ein Reich, äh, pro Kopf, sagen wir im Deutschen, ähm, ist eine Person, ähm, ähm, und dann habe ich es hier auf Englisch hingeschrieben, weil ich, äh, die Definition vom Englischen habe, äh, what is the highest, most important, äh, Leeds comes first, äh, Capstone, das heißt, äh, Reich, äh, der Buchstabe steht für das Höchste, das am wichtigsten, das, was leitet, was zuerst kommt, und der Capstone, also der, ähm, müsste der Eckstein sein, im Deutschen, äh, das steht, steckt in dem Buchstaben Reich drin. Dann haben wir das Aleph, das, äh, steht für den Ochsenkopf, ähm, im Hebräischen, genau, wir können kurz schauen, genau, wir haben hier, ja, stimmt nicht ganz, also, äh, Hebrew Aleph hat er genommen, aber Paleo Hebrew hat er nicht, äh, Paleo ist, soweit ich weiß, die Bezeichnung für das ursprüngliche Hebräisch, hier sieht man übrigens, äh, das Tav, äh, das X, ähm, ähm, und es müsste hier irgendwo die entsprechenden Buchstaben genau zu finden sein, ähm, das Aleph ist hier, ja, der Ochsenkopf, ähm, hier müsste man auch, ja, das Warf beispielsweise als Nagel, als Hook im Englischen, äh, sehen, äh, was dann, ja, hier sieht man es dann, genau, der, der Ochsenkopf ist etwas klein, ähm, ähm, na, ich zoome mal wieder raus, äh, genau, am besten gehst du hier auf, äh, diese Webseite, ähm, Paleo Hebrew Alphabet, selbst wenn du kein, äh, Deutsch kannst, ist diese Webseite, denke ich, äh, zu verstehen, dass hier die modernen Bilder sind, ähm, ähm, hier dann die Bedeutung, ähm, für, für den Buchstabe, wie man es, äh, ausspricht, ähm, beim Aleph ist immer mal wieder so, dass man es nicht ausspricht, äh, sein Stubber Buchstabe, äh, äh, und das steht für den Ochsenkopf, und hier hat man dann auch, ähm, alternative Schreibweisen, das ist das moderne, äh, Aleph, und hier hat man dann, ähm, die samaritanische Schreibweise, äh, hier in Klammern steht jeweils, ähm, ja, nicht bei allen, weil bei nicht jedem Buchstaben ist, äh, bekannt, ähm, woher es kommt, aber bei Aleph sieht man auf jeden Fall, dass hier Aleph, ähm, kann man sich dann noch genauer anschauen, äh, genau, da wollte ich jetzt nicht hin, und, äh, Bade steht dann für das Haus im Englischen beispielsweise, darüber habe ich schon gesprochen, genau, der wichtige Teil, wo ich darauf hinaus wollte, ist, dass Aleph, ähm, für den Ochsenkopf steht, und, äh, das ist ein starkes Tier, genau, dieser Ochsenkopf, jetzt gibt es im Hebräischen, äh, noch die, die Zahlen sind sehr spannend, äh, da gehe ich nicht so stark, äh, äh, darauf ein, es gibt sogar Videos, ähm, die sich damit befassen, mit der Zahlen, äh, Logik im Hebräischen, mit der Numerologie, und Aleph ist nicht nur der erste Buchstabe, sondern er steht auch für die Zahl 1 im Hebräischen, wir hatten hier die Liste der Bedeutung der Buchstaben, und hier sieht man dann den Wert, Value im Englischen, ähm, und das Aleph für 1 steht, weiter unten sieht man dann, dass, ähm, genau, die, die Zellweise geht von 1 bis 10, also bis zum zehnten Buchstabe, Jut, und dann ab Kav, ähm, gibt es dann 20, diese 500 steht übrigens für das Kav-Sophit im, äh, Hebräischen, und das Kav-Sophit ist, äh, Sophit heißt, äh, Schluss, Ende, ähm, es gibt halt zwei Varianten von diesen Buchstaben, äh, und wenn man den am Ende schreibt, dann schreibt man den anders, und, äh, äh, wenn man den Kav-Sophit, also diesen Buchstaben hier nimmt, dann hat er den Wert 500, und nicht, äh, 20 wie das normale Kav. Und das geht dann so weiter, und wie man jetzt sieht, äh, wenn wir auf die großen Zahlen achten, dann haben wir hier 500, 600, 700, 800, 900, und hier geht's dann mit dem normalen Kav oder Kuv weiter, und dann kommen noch die kleineren hunderter Zahlen, hier geht's dann bis zu 400, es sind insgesamt ja 22 Buchstaben, Tav ist der letzte, ähm, und die haben dann so von 1 bis 10, ähm, die Logik reingebracht, dass die, äh, die ersten 10 Buchstaben bedeuten einfach Aleph 1, B2 und so weiter, bis, äh, Jut, und dann geht's weiter mit dem Kav, und, äh, dann gehen's in 10er-Schritten ab dem Kav, 20, 30, 40, ähm, 50, 60, 70, 80, 90, und dann ab dem Kuv, ab dem Kav, äh, geht's dann mit 100er-Schritten weiter, also 100, 200, 300, 400, dann sind wir beim letzten Buchstaben, und dann haben sie es so gemacht, ähm, dass sie hier, wir waren ja bei 4, ähm, 100, kommt dann das Kav mit 500, die ganzen Sofit dann noch, äh, äh, Mem Sofit, äh, Nun Sofit, ähm, P Sofit, äh, und dann Zade Sofit, ähm, und dann sind wir bei 900 angelangt, und dann kommt wiederum der allererste Buchstabe, nämlich das Aleph. War jetzt vielleicht auch wieder schnell, vielleicht schaffst du es ja einfach zweimal an, ähm, genau, es braucht eine gewisse Zeit, äh, bis man es, äh, verstanden hat, äh, die Logik, und das Interessante ist, das Aleph steht nicht nur für 1, sondern dann auch für 1000. Ähm, das sehen wir beispielsweise bei Petrus, der sagt, ein Tag ist wie 1000 Jahre, ich bin gerade nicht sicher, wo die Bibelstelle steht, genau, in 2. Petrus 3, 8, diese Stelle kennst du wahrscheinlich schon, ähm, ein Tag bei Jawa ist wie 1000 Jahre, das ist der Teil, und das haben wir im Hebräischen versteckt, in dem Buchstaben Aleph, also da ist, äh, sehr, sehr viel drin, ähm, dann steht, äh, der Buchstabe Aleph auch noch für Lehren, für Teach im Englischen, für Stärke, ja, Power, für Kraft, ähm, genau, und was das Erste ist, also Aleph ist der erste Buchstabe, und was, ja, am Anfang kommt, das ist ein bisschen ähnlich, äh, von, von der Bedeutung wie Reish, also Gedanken, und der Kopf sind ja am Anfang, bevor man irgendwas tut, äh, denkt man zuerst, und ohne Denken, äh, tun wir Menschen hoffentlich nicht so viel, ähm, dann haben wir den, äh, äh, weiteren Buchstaben, ähm, Shin, der steht für den Zahn, äh, Shen müsste das heißen, wir können auch noch mal kurz hier nachschauen, in der Liste, Shin ist relativ weit hinten, genau, der vorletzte Buchstabe, ähm, genau, im Englischen steht dann, äh, Shanan, für, Sharpen, also für Schärfen, und Shen steht für den Zahn, oder für, ähm, Ivory war, ähm, beim Elefanten die, äh, Stoßzähne, ähm, das Material, mir fällt es gerade nicht an, äh, genau, dafür steht das Ganze, das haben wir hier, also der Zahn, äh, Shen, äh, ist das, Shin klingt ja auch sehr, sehr ähnlich, Shen und Shin, das sind die zwei Schneiderzähne, ein Paar, also immer zwei zusammen, äh, oder der zweite, das bedeutet auch noch, äh, verschlingen, und konsumieren, zerstören, das haben wir ein paar Mal gehört, für El Shaddai, also, ähm, ja, das ist ja ein Name von, von Yawa, oder ein Titel, besser gesagt, El Shaddai, der, der Mächtige, ähm, wie wird es im Deutschen übersetzt, ähm, der Mächtige, der Allmächtige, stimmt, stimmt es? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Dann für Pressen oder Schneiden, Einschneiden oder Einschneiden, und Scharf oder Schärfen, das haben wir gerade schon gesehen, äh, Shanann, äh, ist richtig schwierig zu sehen, aber Shin, Nun und Nun, Sofit, hier haben wir es beispielsweise, äh, Shanann steht dann für, für Schärfen im Hebräischen. Das ist hier der vierte Buchstabe, und dann haben wir, Jud, beziehungsweise, also, der Buchstabe heißt Jud, Jud, die Idee kommt von dem Wort Yad, also, hier haben wir Jud, Dalet, äh, und das Wort heißt dann Yad, und das ist die Hand. Und, weitere Bedeutungen sind, die etwas hält, oder, eine Faust macht, also Jud, wenn man sich so anschaut, dann sieht's, ja, im, wenn man, wenn man viel Fantasie hat, äh, sieht's aus wie eine Faust, äh, es gibt nämlich auch noch das, äh, 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 im Gegensatz dazu, also, Jud, haben wir hier, äh, das ist dieses Kleine, sieht ein bisschen aus wie ein Komma, ähm, und Carf, ähm, ist dieser Buchstabe, und, der steht für, äh, die offene Hand, das müsste hier auch irgendwo drinstehen, ähm, ich seh's gerade nicht, aber von der Bedeutung genau, ähm, ja, steht's für, ähm, auch für die Hand, die so ein bisschen geöffnet ist, also, wenn, wenn man sozusagen, äh, die, vier Finger oben hat, und dann den Daumen unten, dann kann man da relativ leicht, äh, mit der rechten Hand, äh, ein Carf bilden, genau, aber Jud, äh, steht dann für, für die Faust, oder für das Festhalten, kann ja gut sein, dass, äh, Yahusha am Kreuz, äh, als seine Hand da war, einfach, ja, viel zu wenig Kraft hatte, und die Hand war dann nicht wirklich, äh, geöffnet, sondern sie war dann eher, wie eine Faust, dadurch, dass sie die Kraft dann irgendwann mal verlassen hat, die, die um etwas schließt, also die Hau, äh, die Hand, die um etwas schließt, dann steht, ähm, Jud auch noch für Power, für Stärke, und in die Hände fallen, kann es auch noch bedeuten, und schmeißen, ähm, eine getane Arbeit, ja, also die, die Idee von Hand ist ja auch, was macht man mit der Hand, man arbeitet, also, äh, selbst Leute, die viel mit dem Kopf arbeiten, die, äh, arbeiten ja trotzdem mit ihren Händen, also, wenn jemand am, am PC arbeitet, beispielsweise, dann benutzt er ja trotzdem die Hände, um zu arbeiten, und, äh, es kann auch bedeuten, ähm, eine, ja, eine Arbeit, oder eine getane Arbeit, und eine Aktion, oder eine getane Aktion, also, die Grundidee von diesen Buchstaben ist, dass etwas wird getan, es wird, äh, etwas gearbeitet, oder es wird, äh, eine Aktion wurde ausgeführt, und, ähm, Jud steht auch noch, für, für Lobpreis. Und dann kommen wir noch, äh, zum letzten Buchstabe, äh, der sehr spannend ist, ähm, er ist nicht der letzte Buchstabe von, dem, äh, Wort, Bereshit, was ja das erste Wort ist, im Anfang, sondern, äh, Tav, ist auch der, letzte Buchstabe im hebräischen Alphabet, haben wir, äh, gerade hier gesehen, ganz unten, es ist der 22. Buchstabe, mit, ähm, der, mit dem Zahlenwert 400, wird so geschrieben, Tav, und dieser Buchstabe, ähm, genau, Tav, so sieht es handschriftlich aus, äh, Tav ausgesprochen, ist eine Markierung oder ein Zeichen, also, die Grundidee da dahinter ist, dass es gekreuzte Stöcke sind, äh, kennt man wahrscheinlich jetzt vom Feuermachen, dass man dann so ein X macht, ähm, um dann ein, ein Zeichen, eine Markierung, ja, auf den Boden, über den Boden zu machen, man kann es auch mit einem Stift machen, dass man ein X macht, ähm, ist wahrscheinlich eins der, äh, ersten wirklichen Zeichen, bis auf einen Strich, dann davor, was Kinder auch zeichnen können, dass sie irgendwie ein X oder zwei parallele Linien, oder so zeichnen können. Dann, ähm, haben wir Tav hier, dann Tavah, ähm, Tavah, bedeutet kritzeln, beziehungsweise limitieren, ähm, limitieren, äh, von Schmerz oder von der Wunde, das können wir dann noch reinschauen, in Psalm 78, Vers 41, da steht, und ich, und sie versuchten Gott immer wieder und bekümmerten den heiligen Israels, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob das, es kann sein, ähm, dass es ein Vers davor oder danach ist, ähm, weil in den deutschen, äh, genau, haben wir hier, äh, den ersten Vers, das ist dir vielleicht noch nie aufgefallen, äh, so eine, äh, eine Randnotiz, dass die, äh, äh, Vers Einteilung im deutschen, ähm, anders ist als im englischen, und der erste Vers, ähm, dann anders angefangen wird, und deshalb vermute ich, dass es 42 sein könnte, im deutschen, die gedachten nicht an seine Hand, an den Tag, als er sie von dem Feind erlöste, das klingt schon passender zu dem, was hier steht, ähm, also dass Tavar limitieren, beziehungsweise Schmerz und Wunde, ne, ne, ja, ne Erlösung sozusagen von dem Feind ist, ja, die Notizen sind schon ein bisschen älter, deshalb, äh, bin ich nicht mehr hundertprozentig sicher, was da die Idee war, dann haben wir, A-A-Va, hier ausgeschrieben mit, äh, äh, lateinischen Buchstaben, was Begrenzung bedeutet, also eine Markierung kann ja auch eine Begrenzung sein, äh, in Zaun beispielsweise ist ja, eine markierte Begrenzung von Grundstücken, äh, das, was markiert ist, und dann nach weiterer Bedeutung, eine Stelle, ein Ort markieren, also das, was wir vorhin hatten, die Grundidee, zwei, ähm, Stöcke übereinander legen, irgendwie eine, eine Zeichnung in den Boden machen, oder man kann ja auch schreiben in den, den Sand, ähm, dann ein Zeichen, grundsätzlich jedes Zeichen, ähm, das habe ich bei einem der vorherigen Videos hier gebracht, das TARF, ähm, dieses Zeichen ist, äh, was an dem, an der Stirn gemacht wird, also hier das TARF, das Zeichen, ein Zeichen auf die Stirn der Leute, hier sind wir in Hesekiel 9, Vers, äh, 4 bis 6, hier geht es darum, dass die, die seufzen und jammern, ähm, ich denke auch in dieser Zeit, oder besonders in dieser Zeit, über all die Gräuel, die in der Welt passiert, über all das Schlechte, was gerade passiert, dass diese Leute, ähm, ein Zeichen auf die Stirn bekommen, und dass sie ausgespart werden, und dass sie nicht erwürgt, äh, werden, ähm, sondern, äh, verschont werden, äh, und alle anderen, äh, die nicht seufzen und jammern, ähm, und die, ja, nicht wiedergeboren sind, ähm, dass die erschlagen werden und erwürgt werden, äh, genau, äh, dass alle getötet werden, egal welchen Alters und welchen Geschlechts. Ein Zeichen. Und dann haben wir jemandes Signatur, das hatte ich bei einem der vorherigen Videos erwähnt, dass dieses X vor 100, vielleicht auch 200 Jahren benutzt wurde für Menschen, die nicht schreiben konnten, die haben das als Unterschrift, ähm, in, ja, eine Tabelle, wird es wahrscheinlich gewesen sein, gemacht, dass sie ihren Gehalt bekommen haben. Das heißt, stell dir vor, äh, du bist ein Bergarbeiter vor 150 Jahren, der irgendwo im Stollen arbeitet und, äh, Kohle abbaut. Und, äh, zu der Zeit war es so, dass leider nicht alle, ähm, lesen konnten und auch nicht schreiben und dementsprechend war das die einfachste Form, einfach ein X machen, um zu sagen, ey, ich habe mein heutiges Gehalt, ähm, erhalten und dann haben die einfach ein, ein X gemacht und haben gesagt, ey, das passt so, äh, mein Arbeitgeber hat mir meinen Lohn für heute gegeben. Dann ein Monument, Besitzanzeige beziehungsweise Bündnis, ein X, äh, bedeutet ja auch, dass zwei Sachen überkreuzt werden, dass sie, äh, zusammengebracht werden und eins werden, also ein Bündnis, etwas versiegeln, ähm, ja, ein X ist ja, sieht ein bisschen aus wie so ein, äh, ein Siegel, da gibt es bestimmt irgendwelche Bilder genau von einem Siegel, wenn man das jetzt, äh, im übertragenen Sinne sieht, also ein ganz einfaches Siegel wäre wahrscheinlich ein, ein X, dass das, äh, verschlossen ist, ähm, da fällt mir spontan auch, ähm, die Offenbarungsstelle ein, dass, ähm, niemand, ähm, das Siegel öffnen konnte, ähm, bis auf das Lamm und wo Johannes dann weint. und dann haben wir zwei Dinge verbinden, das ist dann, äh, ja, auch eine, eine Grundidee, äh, von dem X, da haben wir dann Epheser 2, 13 bis 15, das, hab ich hier schon offen, genau, jetzt aber in Christus Jesus, oder hebräisch, Meschiach, Yahusha, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden, durch das Blut des Meschiach, durch das Christus, denn er ist unser Friede, der uns beiden eins, der aus beiden eins gemacht, und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft das Gesetz, äh, das Gesetz der Gebote in Satzung hinwegtat und die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und er hat die, die beiden, also die Juden und die Heiden, äh, die Juden sind die, zwei südlichen Stämme und die Heiden, ähm, sind, äh, durch die zehn nördlichen Stämme, äh, zusammengebracht worden, das ist die Hesekia, äh, 37 Stelle, ähm, das müsste noch, genau, hier offen sein, ähm, ist vor allem in dem zweiten Teil, ähm, wo Judah und wo, äh, 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 also, ja, Israel, genau, die nördlichen, äh, zehn Stämme zusammenkommen. Das ist dann dieser Teil und hier sehen wir dann, das aus zwei eins gemacht werden, der aus beiden eins gemacht hat und das ist so die, die Grundidee von, von dem Tav, dass man aus zwei Dingen eins macht oder dass man sie verbindet und dass sie eins werden. Also von dem her kann ich mir gut vorstellen, dass hier in der Hesekia-Stelle, ähm, dann füge die beiden zusammen, also die beiden, äh, Holzstäbe, eins zum anderen, damit ein Holzstab daraus werde. Ähm, eigentlich hatte ich so die Vorstellung, dass man diese beiden Stäbe, ähm, parallel hält, wie, sozusagen, äh, zwei Linien, die nebeneinander sind und die dann an der kurzen Seite verbindet, aber, wenn ich es mir jetzt so genau überlege, dann ist ja hier die Grundidee, zwei Dinge zu verbinden und diese zwei Stäbe werden sicherlich wie ein X übereinander gelegt worden sein und dann zu einem Stab geworden sein in, äh, Hesekia-Stand. Und dann, ähm, eine sehr wichtige Bedeutung ist der, die oder das Letzte, was, äh, dem Omega im, äh, griechischen Verständnis, gleichkommt. Das heißt, nochmal hier Aleph erster Buchstabe und darf der letzte Buchstabe. So, jetzt haben wir uns einiges angeschaut, ähm, zu dem allerersten Wort im Hebräischen, was viel, viel tiefer geht, ähm, als, ja, alles, was man übersetzen kann. Wir haben, äh, die Jesaja 46 Vers 10 Stelle hier angeschaut, beispielsweise, die sehr cool ist, und, äh, noch einige andere, ähm, wo wir sehen, was, was so alles versteckt ist im Hebräischen. Ich möchte noch, ähm, zum Schluss von der Betrachtung von Bereshit, von dem ersten Wort, hier auf, ähm, diese Webseite pealim, pealim.com, äh, hinweisen. Die ist, äh, sehr interessant, also die zweibuchstabigen Wörter, die, ähm, kann man hier relativ gut finden in der modernen hebräischen Sprache, die ja erst vor circa 100 bis 120 Jahren, ähm, neu wiederbelebt worden ist, und ja für circa 1900 Jahre, ähm, nicht gesprochen wurde, so ähnlich wie Lateinisch. In der Sprache gibt's einige Wörter, die jetzt im ursprünglichen Hebräisch nicht drin waren, aber es gibt auch sehr viele, die genau gleich sind, und, äh, ein Wort ist, äh, das Wort ba, also beit aleph, und das steht so für, für kommen, ähm, dass jemand, äh, kommt, beispielsweise, das ist noch so ein Hinweis, was, äh, noch eine Ebene wäre von, äh, dass man nicht die Buchstaben hintereinander kombiniert, sondern beispielsweise einen überspringt, also, dass man beit und aleph verbindet, dass hier dann, äh, komm, also ba, daraus wird. Ist sehr spannend, äh, was man alles, äh, äh, für Wörter sehen kann, also, wir haben bar, der Sohn, dann haben wir ra, sehen, wir haben, äh, esch, das Feuer, und dann gibt's, ja, it ist eigentlich so der, der Diminutiv, also die Verniedlichungsform, äh, etwas Kleines, wie im Spanischen beispielsweise die Anita, was die kleine Anna ist, ähm, genau, und dann Sheet, äh, müsste hier stellen, genau, irgendwas platzieren oder hinstellen und dann gibt's noch She, das hab ich bisher noch gar nicht erwähnt, äh, das steht dann für, ähm, oder Shea spricht man es wohl aus, für eine Gabe oder für ein Geschenk, können wir hier kurz schauen, ähm, hier kann man's löschen und, äh, da wir auf der deutschen, englischen oder welche Tastatur du auch immer benutzt, äh, nicht die Buchstaben haben, kann man sie hier anklicken und dann schauen wir nach dem Sheen, das ist hier und dann tippen wir das Jud ein, das ist dieser kleine Strich und dann suchen wir und finden dann genau, was ich gerade gesagt habe, ähm, Shea oder Shea ähm, ist dann, ja, die Gabe oder die, ah, jetzt hab ich draufgeklickt, ähm, die Gabe oder das Geschenk, ähm, Hebräischen. ja, und so sind wir angekommen am Ende von dem ersten Wort, von, äh, dem Wort Bereshit. Ich hoffe, dir hat's gefallen, ähm, wir schauen uns dann noch die weiteren Wörter an, also die restlichen Worte, bara Elohim, et ha-shamayim, va-et ha-aretz, also, im Anfang, erschuf, Gott, Elohim, et ist besonders, da komme ich dann noch dazu, kann man nicht direkt übersetzen, ha-shamayim, also, die Himmel oder die Him, Himmels Wasser, ähm, und, dann kommt wieder das Ad, das ist das gleiche wie hier, ha-aretz, also, die Erde.